Grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön hast du dich reingeschaltet. Heute nur ganz kurz. Ich gebe in zwei Wochen eine kleine Ausstellung mit einer lieben Kollegin. Sie macht Skulpturen aus Holz und Stein und ich bin anwesend mit meinen Zeitungskulpturen, Vase und anderes. Wenn dich das interessiert, laufe ich dich ganz herzlich zu dieser Ausstellung. Vielleicht hast du Zeit und Lust, bist du in der Nähe. Ich schreibe das unten hinein, wo das genau ist. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ich dich persönlich dort hinein lerne. Zu diesem Kanal wird es immer mehr Sachen geben, was ich mit Zeitungspapier mache. Es werden aber nicht alle Videos bis zum Schluss gezeigt, wie etwas ganz fertig wird. Du kannst dich da selber etwas ausprobieren und sonst freue ich mich riesig, wenn ich dich bei mir im Atelier begrüsse, zu einem Kurs. Ich mache auch kleine Gruppen, also wenn du Freunde nimmst, Freunde, gemeinsam möchtet etwas Neues lernen, etwas Tolles erleben wollen. Dann findet ihr das alles auf meiner Homepage, die lehnt ich auch unten ein. Und es ist zum Beispiel auch ein tolles Geburtstagsgeschenk, dass man am 3. oder am 4. so einen Kurs macht. Es müssen aber mindestens 3 Leute sein, damit ich den Kurs mache. Und vergiss nicht, es ist 3x an 3 Stunden. Der Kurs geht dann immer an 3 Tage, weil Sachen einfach dazwischen trocknen müssen, damit man daran weiterarbeiten kann. Dann würde ich sagen, das war es. Flyer. So sieht das aus. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich dort begrüße. Ansonsten bleib kreativ und mach deine Liebsten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.